Sehr aufmerksam, herzlichen Willkommen. Top-Programm heute Abend, schon wieder, zum elften Mal in dieser Woche. Sensationsprogramm. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich sage es für alles politische Interessierten. Unser Kanzlerkandidat, der Herausforderer Edmund Stoiber, war zu Besuch in Moskau. Um sich dort schon mal vorzustellen, man weiß ja nie, ob man es brauchen kann. Wladimir Putin hat ihn zwei Stunden empfangen und, glaube ich, auch zehn Minuten mit ihm gesprochen. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch gewesen, denn das Interessante ist ja, Russland ist gerade dabei, die Privatwirtschaft aufzubauen, während wir sie gerade erfolgreich abbauen. Und falls Sie bisher traurig waren, weil Sie Telekom-Aktien hatten, herzlich willkommen heute, meine lieben SAP-Aktionäre. Sie können das noch nicht wissen hier im Studio, aber wer hat SAP-Aktien? 20 Prozent innerhalb einer halben Stunde heute. Ich frage mich, ob der Besitzer jetzt seine Yacht verkaufen muss. Ich habe es Ihnen neulich gesagt, wie heißt es? Morning Glory. Morning Glory, das ist die Yacht. Und es kann natürlich sein, dass man da ein bisschen den Mast verkürzen muss oder so, wenn das finanziell nicht mehr läuft. Aber es geht auch wieder hoch. Nicht jetzt einsteigen. Sie kennen den alten Satz, never catch a falling knife. Wenn Sie doch Geld haben, die Werbeindustrie geht jetzt verstärkt in diese Ezno-Bereiche. Wissen Sie alles, was das ist? Hallo! Ezno, das heißt zum Beispiel, deutsch-türkische Mitbürger werden verstärkt durch die Werbung angesprochen. In Zukunft ist ja auch klar, es sind, glaube ich, über zweieinhalb Millionen kaufkräftige Herrschaften. Nokia bringt jetzt zum Beispiel ein Handy raus mit einer speziellen Ü-Taste. Und im Gegenzug möchte sich Aldi verstärkt um deutsche Kunden bemühen. Hey, Mozart and the funny boys! Heute Abend, meine Damen und Herren, ein absoluter Topstar bei uns zu Gast. Eine Ikone. Man merkt, dass die Zuschauer sind voller fiebriger Erwartung. Das ist es. Es tangiert schon den Bereich des Gelähmten. Ja. Weil Sie alle sitzen da mit Ihren Platten auf den Schößen und so. Heute Morgen bin ich schon gefragt worden, Herr Schmidt, ich werde ja bestimmt nicht an Herrn Bowie rankommen. Können Sie mir ein Autogramm bringen? Und was habe ich gesagt? Nein! Ich werde bestimmt nicht an Herrn Bowie rankommen. Richtig. Immerhin eine realistische Selbsteinschätzung. Genau. Um 9 Uhr morgens. Um 9 Uhr morgens hier mit dem Rucksack draußen gesessen. Ach so, keine Mitarbeiter. Nein, keine Mitarbeiter. Wieso soll eine Mitarbeiterin Herr Schmidt zu mir sagen? Harald. Wir sind doch hier alle on first names. Das ist seine neue Platte. Er wird hier live spielen, meine Damen und Herren. Mit 50.000 Kilo Gepäck ist er heute Mittag hier mit zwei Reisetaschen angekommen im kleinen Bus. Elektrische Gitarren. Einige Bandmitglieder haben lange Haare. Ich sage das für unsere ältere Kundschaft, die so etwas nicht mehr gerne sehen. Und das Tolle ist, er ist zurückgekommen. Er lebt in Amerika mit der QE2, mit der Queen Elizabeth der Zweiten mit dem Schiff. Fünf Tage nach Southampton. Das ist das aktuelle Album, meine Damen und Herren. Heathen. Heute Abend bei uns David Bowie. Danke. Und er wird hier live singen, die Nummer Everybody Says Hi. Er wird sich aber auch mit dir unterhalten. Er wird sich mit mir unterhalten, selbstverständlich. Hi Sven. Danke, Sven. Natürlich, er wird erzählen, wie es war auf dem Schiff. Ja. Und seine kleine Tochter. Ja. Und natürlich auch seine Zeit mit Iggy Pop im alten, rostigen Mercedes durch Berlin. Wilde Zeiten. Ja. Denn Iggy Pop war auch schon zweimal bei uns, Sie werden sich erinnern, zum ersten Mal in einer durchsichtigen Kunststoffhose ohne Unterwäsche. Noch heute werden Frauen bewusstlos, wenn ich nur Iggy Pop sage. Bei uns. Iggy Pop. Die Welt bei uns zu Gast in unserer kleinen Hütte. Yes. Warum? Weil es politisch aufwärts geht, meine Damen und Herren. Wenn morgen Bundestagswahl wäre, welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, was heute besonders interessant ist, denn heute sind natürlich 99 Prozent wegen David Bowie hier. Ja. Eigentlich 120 Prozent heute wegen David Bowie hier. Wahlberechtigt heute 239, gültige Stimmen 207, Wahlbeteiligung 86,6 Prozent. Das ist... Bowie-Fans scheinen eher nicht zur Wahl zu gehen. Naja, das war auch nicht schlecht. Sie schaffen es vielleicht auch nicht mehr, kräftemäßig. Ich meine, nicht wegen des Alters, denn David Bowie, man glaubt es nicht, dermaßen fit. Absolut. Absolut. Und man hat schon immer, unser Eins kennt ihn ja nur von sich plattdrücken, die Fenster, die Nasen an den Fenstern der Plattengeschäften, ja, und Video und so weiter. Aber wenn man ihn hier sieht, ja, absolut trainiert, fit, super coole Ausstrahlung, das ganze Team sofort begeistert. Klar. Frauen, die schon seit lange nicht mehr reagieren hier bei uns im Team, torkeln durch die Gänge, torkeln durch die Gänge. Und er hat sich die Haare geföhnt vor dem Auftritt. Ich hab's gehört. Er sitzt in der Garderobe neben mir. Ich lag so mit dem Ohr an der Wand. Echt? Das ist genau. Und einmal ging das Handy. Hi. War das Einzige, was ich verstanden habe. Vielleicht ist auch nochmal sein Text durchgegangen von der Platte. Ich hab gehört. Ande. 86,6 Prozent, meine Damen und Herren. CDU, CSU 26,1 Prozent. SPD 33,3. Grüne 19,3. FDP 14,5. Und PDS 6,8. Was ist das denn für ein Ergebnis? Das hieß ja. Rot-Grün. Ja. Rot-Grün. Bowie-Fans sind Rot-Grün. Bowie-Fans sind Rot-Grün. Ja. Also ein sensationell schlechtes Ergebnis für die FDP. Ja. Das ist ja grausam. Halbiert. Also unter 30 Prozent ist ja schon schlecht für die. Ja, selbstverständlich. Das ist so. Ja. Sehr, sehr interessant. Wenn das Müntefering hört, ruft er heute noch an, wegen Wahlkampfauftritt. Na klar. Peter Struck Präsenz. Wir are happy to present in den Ortsvereinen. David Bowie. Das ist ein Wahlergebnis. Unglaublich. Rot-Grün. Aber vielleicht auch mehr die Grünen. I will ask Mr. Bowie afterwards in my special talk to him. Yes, do it please. Do you know the Green Party? Yes. What do you think about the Green? The Greens. The Greens. The Greens, sir. The Greens. Yes. In USA, the Ralph Nader Parties. The Ralph Nader Parties. I heard a joke when I travelled to my first Stühle-Austausch. Yes. Top ten things that were different if Ralph Nader never had lived. Aha. New York Taxis were the same. Da haben sich die Amis weggeschmissen. Echt? Hab ich jetzt auch nicht kapiert. Hä? Hab ich auch nicht kapiert. Du hast Ralph Nader ins Gespräch gebracht. Du hast Ralph Nader ins Gespräch gebracht. Ja. Ja, und wer ist der große Gegner von Ralph Nader? Die Autoindustrie. Ach so, ja. Klar. Er verbessert alles, mehr Sicherheit und so weiter. Ja? Und für die New York Taxi hätte sie nichts geändert, je nachdem. Weißt du? Aber das würde jetzt zu weit führen. Riesen-Gag, ja. So, ein absoluter Brüller. Wer war George Nader? Oh, das... Moment, Moment. Nicht nur... Moment. Also entweder ein amerikanischer Präsident zum Unbekannter. Nee, Schauspieler, der einzige, äh, Dings, äh, James Bond, äh, ne. Jerry Cotton. Jerry Cotton. Das wusste aber Helmut. Jerry Cotton. Helmut wusste er. Spiel doch gerade mal die Titelmelodie von Jerry Cotton, Helmut. Ach du Scheiße. Dear, dear, final curtain. Ich glaube, dass ich nachher für Herrn Bowie My Way singen werde. Das kenne ich von der Bowie, too. I'd like to sing a song for you. Ihr könnt auch Duett singen. Bitte? Duett singen. Ich glaube, er kann den Text nicht. Ach so, okay. So. Ho, 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 ho. Ich werde ihn fragen. Was heißt der Text, der Text? Es heißt nicht der Text. Do you know the words? The lyrics. The lyrics. Sag man the lyrics? Bitte? Text geht auch. Text geht auch. Text, lyrics, lyrics, the words, the words. Words don't come easy. Which beer do you drink today to help the German brewery industry on the legs again? Do you know the nickname? Of who? Of Eric Zabel. Eric Zabel. Ah, nee. Das war der Grüne? Nee. Der Grüne? Ette. Ette, genau. Ette? Ette. Wieso denn Ette? Ette. Er heißt Ette. Und deswegen trinke ich einen Etthaler Dunkel, damit er hat heute knapp sein grünes Trikot verteidigt. Und für Ette trinke ich einen Etthaler. Toll, ne? Eric Zabel, unser Mann, den wir auch auf den Champs-Élysées, wie wir Tourfans sagen, in grün sehen wollen. So, meine Damen und Herren, der deutsche Fußball, gut wie nie. Das Team von Herrn Bowie reiste schon früher ab aus Südkorea. Wir Vize-Weltmeister, sag ich mal, alle, die sich sonst nur für Tischtennis interessieren. Und es kommt jetzt eine tolle Aktion. Wir unterstützen den deutschen Fußball auf dem Weg zum Titelgewinnen 2004 Europameisterschaft, 2006 Weltmeisterschaft. Hier ist unsere Aktion Projekt 04-06. Projekt 04-06, Helmut. Projekt 04-06, Projekt 04-06, Projekt 04-06. I did it my way, now the end is near, and so I face my final curtain. Viele, das passt, final curtain. Viele werden ja, sie fragen, werde ich noch leben, wenn die WM 2006 ist? Das ist der Punkt. Oder, wie werde ich dann aussehen? Oder, wie sehen unsere Idole aus? Denn das Tolle ist ja, unsere Mannschaft ist so jung. Matt Zelda, Frings, Schneider, alle Anfang 20. Sie sind natürlich die Leistungsträger dann 2006 in Deutschland. Aber wie werden sie aussehen? Wie werden sie aussehen? Und können wir, das können wir technisch mit Zusammenarbeit mit einem Genlobor zeigen. Wer ist der Erste, den wir zeigen können? Wir zeigen zuerst Olli Kahn. Olli Kahn, ja, heute so in seinem Urlaub zur Zeit in einem engen Tigerhöschen, habe ich ihn gesehen, auf Sardinien. Echt? Ja, abgeschossen in einen illustrierten. 2006. Der nächste Spieler, bei dem wir in die Zukunft schauen können, ist Carsten Ramelow. Heute noch Cass mit Ring im Ohr. 2004. Und 2006. Du hast aber stark gealtert, oder? Für sechs Jahre. Dann der Teamchef, meine Damen und Herren. So sieht er heute aus, Sie brauchen nur nicht lachen. So sieht er heute aus, unser Vize-Weltmeister und 2006. Eigentlich geiler. Sieht er eigentlich geiler aus als heute, finde ich. Er sieht aus wie Sean Connery nach so einer Weight Watcher-Behandlung. Oder? Ja, sieht gut aus. Er sieht eigentlich irgendwie interessanter, charismatischer aus als heute. Ohne diese, ja. Ja, dann einer der Leistungsträger schon bei dieser WM. Aber mit Sicherheit bei der nächsten, Gerald Asamor. Hat auch gewonnen, finde ich. Auch, findest du. Ja. Das geht schon in den Bereich Kofi Annan, finde ich. Oder? Aber, und ich habe gelesen, vor allem spanische Frauen stehen auf Ihnen, auf unseren nächsten Kandidaten. Sie sind völlig verrückt nach Michael, the body, Balak. Heute noch jung, straff und ein Tier. Was macht die Zeit aus ihm? Auch er hat sich verbessert. Auch er hat sich verbessert. Das war für heute unser Projekt 0406. So, dann tragen wir schnell mal ins Klassenbuch ein. Alle sind wieder da. Ist das richtig? Nein, Kiyoko ist krank. Oh, Kiyoko ist krank. Und gerade heute, wo David Bowie hier ist. Elfter, siebter. Kiyoko. Und, ich meine es ganz, absolut mega cool. Mr. Bowie in the house. Sagt man so, glaube ich. Klar. Im Land von Ralph Nader. Top 10 things that were different if Ralph Nader had never lived. Du wolltest dir noch was vormerken. Was? Oh. Das ist, weil wir so viel zu tun haben. Ja. Weil wir jeden Tag hier eine Top-Show nach der anderen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Trage es bitte in unser, haben wir nicht so ein Notebook oder sowas, wo wir die ganz wichtigen Termine eingetragen haben. Du kannst es aber auch ins Klassenbuch eintragen. Da werden ja auch schon die wichtigen Termine nach den Sommerferien immer vermerkt. Klassenfahrten. Wo trage ich das denn? Aber ich weiß ja nicht, wann hier das Datum ist. Die Wochen sind oben schon eingetragen. Die Wochen sind oben schon eingetragen. Da brauche ich jetzt Sonnabend, den 5. Oktober. Das ist ganz wichtig. Deutscher Fernsehpreis. Ja. Das ist wahnsinnig wichtig. Wir wissen nicht, ob wir wieder nominiert sind oder ob wir wieder gewinnen. Das entscheiden die Jury. Na, nominiert mit Sicherheit. Wieso? Die Konkurrenz ist hart. Echt? Sehr, sehr hart. Die Konkurrenz wird immer härter. Die Kategorien werden immer härter. Stimmt. Deutscher Fernsehpreis, ganz wichtig, am 5. Oktober, moderiert von Dirk Bach und Sandra Maischberger. Tolle Kombination. Ja. Dirk Bach und Sandra Maischberger, das ist für Sie vielleicht auch zu Hause mal interessant zu wissen. Der Fernsehpreis wird ja von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 ProSieben wechselnd veranstaltet. Und diesmal ist der Ausrichter der WDR. Letztes Mal war der Ausrichter Sat.1. Richtig. Deswegen moderiert unsere lieben Freunde Anke Engelke und H.P. Kerkeling. Hervorragend gemacht, weil sie Protagonisten von Sat.1 sind. Der WDR schickt seine Protagonisten Sandra Maischberger und Dirk Bach. Das schreibe ich hier schon mal rein. Fünfter, Zehnter, hoffentlich kriegen wir wieder Karten ganz vorne. Klar. Ich saß jetzt viermal in Reihe 1 beim Fernsehpreis. Ich möchte nicht irgendwo hinten sitzen beim ZDF-Nachmittag oder so. Oh Gott, das will ich nicht. Oder lässt mal, da saßen doch Ulla Kock am Brink, saß vor dem Zelt. Ja, mit Helmut da draußen, oder? Wie war das denn? Da gab es doch so eine fast menschenunwürdige Einteilung in blaue Kerzchen, rote Kerzchen, gelbe Kerzchen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich war nicht auf dem, ich war auf dem billigen Plätz. Du saß draußen? Ich saß, ja nicht so richtig draußen, aber weit hinten. Ja. Ja, es gibt da absolut menschenunwürdige Zustände. Ja, ich finde auch. Das ist doch, wir sind doch alle eine große Familie. Ja, eben. Ja. So, Fünfter, Zehnter, 02, Deutscher Fernsehpreis. Ich habe ausgerechnet, dass wir, wenn wir Glück haben, sind wir zehnmal nominiert für den Deutschen Fernsehpreis. Beste Show, beste Moderation. Ja. Beste Redaktion. Ja. Beste Co-Moderation. Ja. Beste Band. Ja. Bester Bandleader. Ja. Beste Produktion. Ja. Beste Talks mit ausländischen Gästen. Klar. Beste Witze, wenn gar nichts zu lachen ist. Ja. Und geilstes Team überhaupt. Ja, absolut. Das müssten zehn Nominierungen sein. Vielleicht lädt man mich auch wieder ein, dass ich wieder eine überreichen darf. Ah, mit Sicherheit. Letztes Mal habe ich doch diese beiden Nachwuchsschauspielerinnen ehren dürfen. Das war aber sehr rührend. Das kam sehr rührend an. Das war menschlich. Das war eine Seite, die man bisher nicht von mir kannte. Ja, ja. Eine gewisse Wärme. Ja. Eine gewisse Herzlichkeit. Und alle sagten, es sah süß aus, wie ich da oben stand. Ich so lang und dann diese beiden jungen Schauspieler und so. Und man muss natürlich auch die richtigen ehren. Es bringt natürlich nichts, wenn du einen alten Polizausel auszeichnest oder was. Da kommst du auch nicht in die Zeitung, wenn du fotografiert wirst. Du musst schon entweder etwas Frisches, Knackiges oder in so einer besonders bedeutenden, für das Lebenswerk oder so. Hast du sehr, sehr gut gemacht, Harald. Wo? Ja, auf dieser Verleihung. Konntest du das sehen hinter der Pflanze, wo du saßt? Obwohl, das war ein Witz. Ich habe genau hinter dir gesessen. Du saßt genau hinter mir, Reihe 2, mit immerhin Abteilungsleitern von Viva. Die saßen noch hinter dir. Wollte ich aber auch sagen. Ja, die saßen weiter. Ja, die saß auch hinter mir. Kerner saß auch hinter mir. Hat Kerner nicht moderiert? Nein, du hast doch gerade gesagt. Nein, das war ja die Jahre zuvor. Das war ja diese Vier. Das war auch nicht schlecht. Kerner, Kai Pflaume, Gabi Bauer und wir waren eine Vierte. Kai Pflaume war dabei? Kai Pflaume, Kerner, Gabi Bauer. Was soll denn das gewesen sein? Eine Vierer-Moderation. Echt? Ja. Aha. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Nein. Ja, ja. Da war ich aber auch nicht dabei. Doch. Nein. Also ich bin jetzt das erste Mal dabei. Bei mir ist der Fernsehpreis wie früher auf Mallorca die Liegestühle. Ich bin jetzt zum 15. Mal da. Ich war zuerst Reihe 15, das liegt Reihe 3. Weißt du? Ich trinke ja nur Cola als Schuss. Wenn ich an die Strandbar komme, zu mir sieht der Barkeeper, der stellt mir zwei Flaschen und sagt, Senior, mixen Sie selbst. Ich gehe auch beim Fernsehpreis um 10 Uhr morgens hin, lege ein Handtuch auf meinen Sitzel. 5. Doktor. Wir haben natürlich gute Karten, die Fernsehpreise wieder zu gewinnen, weil Josef Ballerstahler mit in der Vorbereitung ist. Also das geht natürlich seriös zu, aber man hat da natürlich so eine gewisse, wie in Hollywood, wo ja auch die Firmen Millionen ausgeben, um zu plakatieren. Bereitet er schon wieder vorher für Sat.1 vorbereitet. Er ist auch Sat.1 wieder gekommen. Ja, aber das ist ja eine überparteiliche, wie nennt man das, eine übersenderische Kommission, die das macht. Am 5. Oktober moderiert von Dirk Bach und Sandra Maischberger. Das hat fast so weiss ich mich mit dem Deutschen Fernsehpreis, denn den hat ja Dirk Bach moderiert mit, äh, äh, vor zwei Wochen, von Sat.1. Der Deutsche Filmpreis. Äh, ach so, ja, 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 ähm. Äh, bei Karoline Beil. Wie? Karoline Beil. Karoline Beil. Karoline Beil und Dirk Bach. Da war der Deutsche Filmpreis. Und der Deutsche Fernsehpreis ist Dirk Bach und Sandra Maischberger. Yes. Yes. So, jetzt, meine Damen und Herren, schauen Sie mal das hier an. Was könnte das sein, hm? Gut, das ist eine Landkarte, das ist schon mal richtig. Der Urlaub steht vor der Tür, um alle eine Floskel zu vermeiden und der neue Trend, auch aufgrund natürlich SAP und Telekom, ist Urlaub in Deutschland. Man redet sich das andere Land wieder schön, aber es muss gar nicht schön geredet werden. Deutschland ist schön. Absolut. Seit Jahren mache ich Urlaub in Deutschland. Nordseeinseln, Schwarzwald, Sauerland, Ahrtal, aber nur oben, auf deine Empfehlung. Klar. Du hast gesagt, Ahrtal ist nur oben gut. Natürlich. Unten ist zu voll, aber oben ein Traum. Wunderbar. Das sind Fähnchen. Wo machen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Urlaub? Wir haben zuerst die Europakarte. Ja. Wir haben zuerst die Europakarte. Hier muss ich gar nichts mehr neu stecken, oder? Alles schon gesteckt? Ganz noch die vereinzelten Länder. Das macht zum Beispiel auch einer in Tschechien Urlaub. Das sind jetzt die Länder, wo mehrere Mitarbeiter Urlaub machen. Wo sind die Fähnchen, die ich noch stecke? Ah, hier sind sie ja, die Fähnchen. So. Die Rosa für die Damen und die Blauen für die Herren. 32 unserer Mitarbeiter, das ist im Grunde ein Drittel, macht Urlaub in Deutschland. 24 Männer und 8 Frauen Urlaub in Deutschland. Das zweite Land ist Frankreich. Frankreich. Ganz klar. Acht Damen und Herren, 6 Männer, 2 Frauen machen Urlaub in Frankreich. Sind das auch die präzisen Urlaubsstile, wo die in Frankreich hinfahren? Nicht ganz. Also zwei fahren nach Lacanau-Océan. Das ist unser Schlagzeuger, Monsieur Antoine. Und noch jemand? Weiß man das? Ist natürlich streng anonym. Ist streng anonym. Aber man würde es schon gerne wissen eigentlich. Ist aber ein Mann. Ist ein Mann. Ja. Auch aus der Band? Nein. Nein. Nach Lacanau-Océan. Licht. Licht. Ah, da weiß ich, wer es ist. Ja. So, und der dritthäufigste Urlaubsort, und das ist eigentlich für mich ein bisschen überraschend. Griechenland. Griechenland. Griechenland nach Griechenland fahren drei Frauen und vier Männer. Ja, aber getrennt. Ja. Ja. Macht überhaupt niemand aus dem Team bei uns gemeinsam Urlaub? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also die beiden, also es machen zwei Leute in Kroatien Urlaub. Ja. Ein Mann und eine Frau. Ja, ist klar. Ja. Ja, Susanna ist klar. Susanna? Ich weiß nicht, ob sie alleine fährt. Fährst du alleine, Susanna? Mit niemandem aus dem Team. Mit niemandem aus dem Team. Aber mit einem Mann. Ja. Kennen wir ihn? Raucht er? Ich rauche auch nicht mehr. Du rauchst nicht mehr? Nein. Seit wann? Also ich bin noch Gelegenheitsraucher, aber ich habe mir das normale raucht. Herr Bohr möchte auch aufhören zu rauchen. Ja. So, das war unsere Europakarte. Natürlich viele nach Spanien, interessanterweise niemand nach Spanien auf das Festland. Und es fährt kein einziger nach Österreich. Es fährt keiner nach Österreich, aber auch das wird wieder kommen, habe ich jetzt gelesen. Österreich ist wieder schwer im Trend. Wellness. Wunderbar. Es ist ein Traum. Ja. Ja, Österreich ist ja so wunderbar, so vielfältig. Die Festspiele. Salzburg. Wien. Wien, dann die ganzen Alpen. Die Steiermark. Die Steiermark. Ein Traum. Du bist sofort am Meer. Es ist ein Wahnsinn. Wunderbar, was passiert. Der Niki holt dich. Viele Österreicher bei Ihnen im Urlaub mit dem Satz, der Niki hat mich holt. Das finde ich toll. Niki Lauda fliegt Österreicher, Auslandsösterreicher, wie es heißt, nach Hause, falls Sie sich verletzen sollten im Urlaub. Sehr gut. Weil Sie irgendwie in eine Glasscherbe treten oder so. So, das war, haben wir das jetzt alles gesagt? Genau. Ein Mann fährt nach Tschechien. Das könnte ich vielleicht sagen. Fährt ein Mann oder eine Frau? Das ist ein Mann. Weißt du, wer das ist? Nein. Ein Mann fährt nach Tschechien. Komisch. Wie weit hinter die Grenze fährt er denn? Das weiß man nicht. Jetzt kommen wir zu unserer Weltkarte. Denn natürlich reisen auch viele unserer Teammitglieder in die weite Welt hinaus. Vier reisen in die USA. Ja. Drei Damen, äh, drei Herren, eine Dame. Dann, äh, achso, ein Segeltörn habe ich noch vergessen im Mittelmeer. Macht auch eine. Wer ist das denn? Weißt du das? Äh, sitzt oben in der Regie. Oh. Das ist eine Anwendung-Frage. Segeltörn im Mittelmeer. Nicht schlecht. Dann haben wir hier einer nach Brasilien. Ein Herr. Ja, ich weiß aber nicht, wer. Das würde mich mal sehr interessieren. Brasilien. Schönes Land. Die war leider nie da. Aber ich war in Österreich schon. Dann, eine Dame fährt nach China. Ich weiß, wer das ist. Ich auch. Aber ich sag's nicht. Nee. Es ist anonym. Mauer. Also chinesische Mauer. Und, äh, ich glaube, Seitenstraße. Und so zwei Wochen. Zwei Wochen nach China? Ja, eigentlich ein bisschen kurz, aber um mal erste Eindrücke zu kriegen. China. Und Singapur, Thailand, Malaysia. Eine Frau. Wer ist das denn? Arbeitet im weitesten Sinne in der Redaktion. Im weitesten Sinne in der Redaktion? Also nicht in der Gästeredaktion. In der Online-Redaktion. Ach so. Oh! Ja. So. Singapur, Malaysia. Alleine? Nein. Das war ich mit Ihrem Mann. Ja, klar. Ja, denn für Frauen. Ich mein. Ja, wieso? Ja, ist das eine Gegend, die für Frauen eher gefährlich ist oder nicht? Na klar. Singapur. Ja. Obwohl, Singapur ist ja sicher. Aber man weiß nie, in Singapur. In Singapur ist es, glaube ich, zum Beispiel verboten, sich zu schnäuzen auf der Straße. Echt? Ja. Ja, ist man da nicht schnell auch mal mit der Polizei so im Konflikt? Ich habe mal gehört, wenn man einen Zigarettenstummel in Singapur wegwirft, kriegt man gleich Schwierigkeiten. Ist das da mehr mit Sauberkeit oder mehr mit Drogen? Mehr mit Sauberkeit. Okay. Sauberkeit. Überhaupt keine Droge. Also Drogen ist da unten ganz, ganz unangenehm. Da war doch jetzt dieser Prozess mit dieser... Klar. Ja, war das da? Weiß nicht. Ich auch nicht. So. Ja, aber es war ungefähr da. Malaysia, Singapur. Haben wir alles. Das heißt aber, der Großteil bleibt doch hier. Ja. Und zwar, die meisten machen auch nicht Urlaub in Deutschland jetzt im Sinne von Urlaub. Sondern? Bleiben wie der Kanzler zu Hause. Wie, sie bleiben überhaupt zu Hause? Sie bleiben überhaupt zu Hause. Also 29 von den 32 fahren vielleicht mal, das ist ja kein Urlaub, so jetzt die Eltern im Schwarzwald besuchen. Das ist ja wirklich kein Urlaub. Nee, also das ist ja... Wie, 29 unserer Mitarbeiter bleiben überhaupt zu Hause? Ja, also nur drei von den 32 fahren jetzt so, ich mache jetzt mal Urlaub an der Nordsee. Und die anderen 29 bleiben zu Hause. Ist ja doch auch am schönsten. Ja. Man liest ein gutes Buch. Geben. Ja. Trifft Freunde. Trifft Freunde. Geht ins Kino. Holt sich nichts. Ja. Das ist ideal. Ich möchte ja noch wissen, wer das ist nach Brasilien. Das kriege ich raus. Soll ich es in Erfahrung bringen? Nein, nein, nicht jetzt. Wir müssen uns noch rausforschen. Wir müssen umschreiben. Okay. Weißt du es, Susanne? Nein, du weißt es auch nicht. So, jetzt räume ich mal die Karten weg. Jetzt wird hier aufgeräumt, meine Damen und Herren. Denn jetzt ist das Rock'n'Roll ja. Ja. Ja, absolut. Jetzt bricht der Rock'n'Roll eine Ikone, das Rock'n'Roll bei uns zu Gast. Ich räume mal auf, das sieht ja aus hier. Ja, eben. Kommt einmal her, Boje, und dann sieht das so aus hier mit die Schälchen weg. Das irritiert ja, weil er kennt das ja auch gar nicht bei uns so, wie das so ist. Diese ganzen Schabernack und Scherze. Das ist schon mal seine Platte. Meine Damen und Herren. Mein heutiger Gast ist eine klasse Versuch, meine Damen und Herren. Das ist ein aktuelles Album. Kiepen. Herzlich willkommen. David Bowie. Wow, das ist gut. Wir haben jetzt 1000s von Tickets für heute. Das ist gut. Ja. Danke. Danke. So you see, was the right place to choose Cologne? I could actually go around and sell the album right now, couldn't I? Yes, but it's very successful already commercially. Unbelievable. It started place four in our charts. It's been like this throughout Europe and it went in at like 14 in America. It's really fantastic. So, you know, people love you, they almost go crazy. Cologne is the only place where you're playing your concert tomorrow. This time, yeah. It was sold out in 45 seconds, did you know that? I think that's extraordinary. Yeah. Absolutely extraordinary. Have you been to Cologne before? Well, mind you, there's only 15 people in the audience, so 45 seconds. Long ago. Thank God you speak English. So, have you been to Cologne before? I have, yes, but I haven't been there for maybe, oh, since 79, 1980, something like that. Long time ago. Long, long time ago. But I used to, for a while I was living between New York and Berlin in the late 70s. Yeah. So, I used to come to Germany a lot and I had a great time in Berlin. This is, of course, when the war was still there. So, it was a different kind of vibe. I suppose. Was there the time when you lived with your old friend James Osterberg? James Osterberg. Yeah. Iggy Pop. There were about three or four of us. There was Jimmy and his girlfriend and there was myself and one other. And we had our apartments in the same block on, it was called, if I remember, Hauptstrasse, 100 Pfund 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 in Charlottenburg. That's how I used to go. You get very drunk and it's like, Hauptstrasse, 100 Pfund 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 Pfund. And you get home. And we had a great time and I remember none of us had any money then because either we'd been ripped off or, you know, dealings had gone wrong and we were all pretty broke. And the three of them, it was my birthday coming up, they clubbed together and they got me an old 1955 Mercedes. And it was rusted completely. So we got in and our feet just went through the floor. We went around Berlin and that. And I remember we dropped Iggy off at a club one night. It was, I think, one of the anniversaries of the wall being put up, you know. And he went to a punk club and he came back later and he said, it was amazing. They'd made a birthday cake in the shape of the wall, which went all the way around the room. And at 12 o'clock at night, they jumped on it and ate it. For real. Yes. They really, they made this, the entire wall and then ate it. And he said it was singularly the most moving moment in Berlin that he had spent. Because there was something really quite ideological about it, you know. Yes. And of course later on it really. It was especially for him, for his birthday. No, no, no. It was the celebration of the wall. The anniversary of the wall going up, you know. And it was, he said it was the strangest thing. And of course that's virtually what they did. And they didn't eat it. Cool. Well, I know one person who tried eating it, but he was stoned. But he was. So now you came back to Europe on the QE2. Yes? Well, not here, because there's no river. Of course. But if I could have, I would have. But you travel on the QE2. But the other direction, from Southampton to New York. And you came from New York to Southampton. That's right. Yeah. They're two different captains. Yes. One only knows how to get to Southampton. I think that's true. What was the average age on the QE2 this time? 114. Yes. Something like that. Mainly widows. Really? No, it's changed a lot. Because I first went 30 years ago. Yeah. And in those days it really was older people, older generation, all that. This time around I noticed there was a lot more families with children, you know. Because I have, these days they have things like playrooms on board. There were five restaurants, three cinemas, casinos, public library, television studio. What did you do on board the whole day? I read and watched DVDs. Did you walk around? No, I swam alongside for exercise, you know. I used to keep up because I'm very fit these days, you know. Yes, absolutely. Because I swim against the QE2, that's how you do it. But no, most of the time I took, I took DVDs of all the films I can't watch at home because they're all like subtitled European avant-garde classics and they last 19 hours and have subtitles and nobody else in my house wants to watch them. So, as I was travelling alone I just watched them on my computer, you know. And I listened to music and I made notes and I watched the sea. And I watched the sea. The sea watched me. Five long days. Yeah, yeah, yeah. It was wonderful, I loved it. Is it true you get up very early in the morning at around 6 o'clock? Well, both of us, both my wife and myself get up between 5 and 6 in the morning and the irony is that we now, you know, we just had a small child. Yes. And she's 23 months now. But of course we now get up before she does. So we go and wake her up. You have to be quiet. It's like, it's the parent's revenge, you know. So when, did your wife take, take, take... Wake up! And she... And my baby says, oh come on, give me another hour, right? She said, we've got milk. Did your wife take lessons in preparing the birth? You know, in Germany it's very common, for example, young men accompanied a woman to lessons like this. Well, she'd had practice because she also has another daughter, you know, from her ex-marriage. So she knew what was going to happen. I didn't. You didn't go together. Yeah, we did the breathing things and all that. Yes. And they're counting one and oh god. Did you like that? Well, it was fine and we got it down and it was absolutely exact and it was all timed and everything perfect. Yeah. And of course on the actual day it's like, oh my! Everything goes, you know. And it was just exciting. We raced there in the car and all that and then I got to cut, you know. That was fun. I liked doing that. But everything went fine. Yeah, beautiful. Yeah. Wonderful. It was an easy birth, yeah, it was good. So when you sit in your office or in your room in the morning and you start composing immediately? Yeah. With a cup of tea? A cup of tea? Yeah. Do I compose immediately? No. I just sit there and I get on the telephone to Europe. Because I live in New York, you know, and so I just make telephone calls to Europe all morning. So what's happening? Did you see the Harold Schmidt show last night? What? Yeah? Really? Yeah. Whoa! That's amazing. So I hear all the gossip, you know. Yes. I mean, you wrote this record, the songs for this record in Woodstock, which we know from the festival. So very strange. It's a very quiet area. Yeah, it's a very hippie. It still is. I mean, it's all kind of flower writing on all the shops and everybody has long hair and wears beads and all that, you know. And I didn't think I was going to like it at all. But I didn't realize the actual studio was at the top of an extremely high mountain. We were completely isolated from the rest of the area. And I love that because I love isolation. I'm very kind of masochistic like that. I love being cut off from everything. And for a writer, it just worked really well. And I think I just sat down to write, and I had been doing for many months, putting together songs that I felt were very strong and attempted to do no more than express how I felt at my age with the new family and my feelings to the universe and our place on this world and all that. The little questions. So now you're going on a little tour now in Europe? Yeah, it's just a promotion tour. I don't want to be away from my family too long. I miss my baby very much indeed, and I want to go home. Your wife stayed in America? Yes. Well, at the moment, coincidentally, she's over in England with the whole family. But she's going back in a few days. Yeah. And then I'll go back at the end of this month, and then we'll catch up, I guess. Yes, live. Everybody says hi. David Bowie. Thank you very much. Thank you very much. Have a good time. Please come back. David Bowie might have one time. Tschüss.